Hey Leute, ich bin's euer Aitch und wir spielen Clicker Heroes 2. Ja, wir sind gerade im Flurry Build. Ich hab den geresettet gehabt, wie man sehen kann in den Welten. Ja, das ist ein bisschen zäh. Ich weiß nicht warum, um ehrlich zu sein. Es kann einfach daran liegen, dass es von Hause aus zäh ist. Ich weiß nicht so genau. Ja, auf jeden Fall BGW-Klicks. Das ist ganz wichtig. Es ist, glaube ich, mittlerweile kürzer, so rumzugehen. So. Das ganze Crit-Zeugs mitnehmen. Crit. Nehmen wir hier noch ein bisschen Klickschaden. Das ist auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier oben nicht mehr so viel, was wir haben wollen. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Hätte ich fast gesagt. Ähm. Imperium-Modes habe ich alle gesammelt. Okay, auf zum nächsten Mal. Ich war angewöhnt, das ganze Ding rauszuschneiden und dann ist das für euch nicht so nervtötend. Aber ihr seht, das Ding hat jetzt so neun, zehn Stunden geladen und jetzt gibt es hier nichts mehr, was ich, äh, oder nicht viel, was ich skillen kann. Also das ist so, ich würde sagen, festgefahren so ein bisschen, ne? Muss erst mal den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, irgendwie. Damit zum Beispiel... Traurigerweise... Achso, wenn ich Mana spende. Spende. Das heißt, wenn ich das mache... Das ist für einen Augenblick schneller. Okay, dann hätte ich das jetzt nicht skillen. Na gut, ich denke, ich gebe den Bild sowieso auf. Ich müsste mal schauen, was könnte ich star skillen, was total sinnvoll wäre, um das alles nochmal zu boosten später. Aber das hat ja nicht wirklich funktioniert. Hier sind so die Werte im Endeffekt. Ich weiß auch nicht. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil rein in der Theorie müsste ja alles, was man skillt, ein bisschen was bringen. Ich meine, das muss ich jetzt nicht haben, wenn ich das nicht habe. Vielleicht hätte ich auf ClickTorrent gehen sollen. Und dann hätte ich das dazu holen müssen. Während die Small-Clicks laufen. Dann hätte ich im Grunde bloß die Energie voll machen müssen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ich versuche das mal. Dann wäre das zumindest noch eine kleine Rettung. Jutti, dann Modes. Das habe ich jetzt bei dem anderen vergessen. Nicht so schlimm. Ich gehe rüber zum nächsten. Und dann gucken wir mal. So, Gold-Build. Das ganze Ding ist ja noch nicht optimiert. Ja, ich habe das jetzt so eingestellt. Das ist natürlich für einen Arsch. Ich gucke mal, was wir hier noch haben. Ähm, was brauche ich überhaupt? Moment, bevor ich irgendwas hier rumwusle. Was haben wir hier? Ich brauche noch ein zweites Set. Also ist das schon mal ganz gut, wenn ich runtergehen würde. Dann kann ich das nämlich voneinander trennen. Das ist nämlich viel besser dann. Ähm, und Geschwindigkeit. Das ist ja aktuell mit eins der Probleme, warum das hier nicht so gut läuft. Es ist halt alles nicht so richtig eingestellt, ne. Das ist relativ annoying. So, gucken wir mal. So, das Ding muss immer laufen eigentlich. Dann holen wir uns mal ein Additional Set und lassen das hier mal stoppen. Additional Set. Das ist also hier unten. Ähm, wir hatten bloß zwei Punkte. Brrrr. Okay. Ähm, ähm. Ja. Haben wir hier noch einen Automaterpunkt? Haben wir nochmal zwei? Gibt's hier? Wir, wir, wir googeln mal. Für unseren Automaten hier. Dann haben wir hier noch was. Versuche bloß die zu nehmen, die relativ nah dran sind. Damit ich so viel wie möglich rauskriege. Was ich noch machen muss, ist auf jeden Fall viel lang gehen. Weil Total Energy und Mana Rack und sowas immer ganz praktisch ist. Vor allem Mana Rack ist ja sehr, sehr wichtig. Die hier. So, jetzt habe ich erstmal genug. Drei, eins, zwei, drei, vier. So, dann kann ich den Rest nochmal in Speed setzen. Dann bewegt sich das Ding auch schneller. Das heißt, ich mache jetzt die hier. Äh. Wenn Golden klickt 0. Dann Set rüber. Dann rüber. Dann kommt nämlich das weg. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Äh, wir brauchen auch. Ja, das ist alles noch mit alles und 10 Sekunden hier und so. Deswegen hapert das auch noch so mächtig. Eigentlich habe ich so viel Geld, so. Äh, so. Dann machen wir das so erstmal. Das heißt, wenn das nicht läuft, dann soll alle ein paar Sekunden das passieren. Natürlich soll das, äh, immer Priorität haben. So rum. Wenn Golden klickt nicht an ist. Äh, wenn Golden klickt an ist. Wollte ich sagen. Lup. Golden klickt größer als 0 ist. Dann switch rüber. Super. Okay. Ähm. Golden klickt ist gleich 0. Dann set drüber nach links. Ja. So, ansonsten soll immer... Ähm. 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 Lass mich kurz gucken. Wenn Hütschklick 0 ist, dann soll... Äh, wenn, äh... Golden klickt größer ist, soll das hier passieren. Äh. Das brauche ich ja hier nicht starten eigentlich. Das muss ich ja dann hier drüben machen. Was machen wir mal so, 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 so. Wenn. Wenn. Das ist nämlich das Problem, wir haben keine Energiestones noch nicht, ne? Ah, ist das nervig, wenn man so viel Zeug braucht. Ich muss ja hier noch die ganzen Quatschen mitzkillen. Ah. Nom, nom, nom. Ähm. Wie machen wir das denn? Alle 10 Minuten, alle 90 Sekunden scannen, ob Golden Klicks funktioniert. Das ist eigentlich auch bisschen bescheuert, aber das sollte reichen bis dahin. Äh. Ge- Golden. Äh. Alles mich raten, hab ich noch gar nicht. Doch, hab ich. Golden Klicks. So. Okay. Wenn Golden Klicks 0 ist, dann rüber. So. Golden Clicks läuft an das. Und an für sich kann ich ja mehr erstmal nicht machen, als was ich drüben auch gemacht habe. Und zwar alle 4 Sekunden das und alle 4 Sekunden das. Wenn Energiewd Mana zu low ist, na gut, das kann ich jetzt nicht machen, das geht halt nicht. So, restart sozusagen. Ich helfe jetzt hier mal einen Augenblick nach. Damit müsste das eigentlich relativ schwungvoll weitergehen. Dann versuche ich noch so viele Automatapunkte zu holen wie möglich. Sprich, das hier will ich nämlich auf jeden Fall noch mit. Dann wollen wir mal schauen. Hier die Mana-Reck noch. Die ist wichtig. Also, klack, klack, klack. Und dann will ich hier oben noch ein bisschen hier hinten so lang gehen. rein der Logikalver gehört ja auch das da mit rein. Müssen wir mal gucken. So an für sich. Das geht jetzt natürlich nicht, weil ich das jetzt auf 90 Sekunden gestellt habe. Ich starte das Ding mal manuell. Zack. Und jetzt macht er halt das hier. Hier kommt ja dann speziellen Einkäufe und so und das Multi-Click ist nicht mit drin. Jetzt konzentriert sich das Ding halt nur auf Skillen und auf Huge-Click. So ist halt jetzt der Plan. Es ist halt schäbig, dass du das immer wieder, immer wieder neu machen musst. Ich fände, das wäre eine gute Idee, dieses Automator-Kopieren nicht erst zu machen, wenn du eine Million Punkte hast, sondern von vornherein dich mitnehmen kannst. Ich meine, das macht keinen großen Schaden eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier war. Ich bin schon vorbei. Hier. Warum soll ich dafür 50.000 Punkte ausgeben? Oder wie meinen die das mit dem Automator-Tree? Weil wenn das nur so ist, dass du nur hier so ein Teil davon, den Teil behältst, den du gerade jetzt gilt hast, das ist natürlich auch schäbig. Also wirklich, das wäre echt schäbig. So. Na gut, das dauert jetzt hier noch ein bisschen mit dem. Das heißt, das läuft erstmal irgendwie. Dann machen wir das hier und dann gehen wir mal rüber. So. Sammel, sammel, sammel. Okay. Das Ding hier ist natürlich gerade auch frisch aufgestiegen. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass die Souls jetzt schon höher sind als beim letzten Mal. An der Stelle, glaube ich. Was sehr interessant ist tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass das nicht nur eine maximale Menge an Dings dazu gibt, sondern auch eine gewisse... Ich glaube, dass das... Also wenn ich das nicht verstehe, sind das die Pending Souls pro Welt oder was, die du da noch dazu kriegst. Das wird halt mit jeder Welt immer mehr. Also das, was du dabei rauskriegst. Und dadurch steigt das halt immer höher an. Also ist das so ein bisschen wie die Transzendenz-Power im ersten Teil. Bloß... Na, ich will nicht sagen langsam, aber schnell ist das jetzt ja auch nicht, ne. Lass mal kurz gucken. Ja, na, das Übliche. Bam, bam, bam. Erstmal durch. Ich hätte Discharge nehmen können, aber wir haben ja noch keinen Mana-Verbrauch. Äh, ja. So sehen aktuell die Items aus. Das ist alles so... Eigentlich kannst du bloß eine Auto-Attack kaufen. Weil Haste gibt es nicht mehr und der Rest ist einfach sinnlos. Mana-Rack. Okay. Aber dadurch, dass wir hier mit den ganzen beiden Skills spielen, ist Mana-Rack eher so... Naja. Nicht so geil. Eigentlich. Deswegen. Das heißt, es ist Warten, ne. Unser aktuelles Standard-Auto-Attack sieht so aus. Unser aktuelles Haste sieht so aus. Also ich war schon bei 250 Auto-Attack-Damage und bei 17 Haste war ich auch schon. Aber dadurch, dass die Skills jetzt fehlen, ist es natürlich schwer zu sagen, ne. So, dann will ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar... Das müsste es sein. Bam. Ich bin bei 19 Minuten 2 reingekommen. Das ist natürlich schön laut. Ach, laut. Ne. Ich habe nach dem letzten Video einen zweiten Versuch gestartet. Da habe ich um 15 Sekunden den goldenen verpasst. Und dann habe ich es gestern nochmal versucht. Und ja, das war schon nicht schlecht. Ihr habt da gesehen. 19 Minuten und ein paar Sekunden. Das Problem ist, Steam gibt mir die Achievements dafür nicht. Ich habe sie jetzt im Grunde durch. Aber ich habe das Achievement nicht gekriegt. Ich gucke mal ganz kurz nach. Ich kann euch das jetzt nicht so zeigen. Zumindest wäre es jetzt umständlich, das umzustellen und so weiter. Es steht... Beat the first challenge in under 20 minutes. Challenge 1 gold. So. Hier steht 0 von 20. Das ist... Wie soll ich sagen? Im Prinzip ist das ja so ein... 20 Minuten Ding. Das wird dann gezählt. Das haben sie ein bisschen bescheuert gemacht. Aber naja. Also ich behalte jetzt natürlich die Welt. Weil ich müsste ja rein der Logik halber das dann irgendwann kriegen. Was ich sagen kann ist, wenn man Gold kriegt, sollte man ja theoretisch auch Silber und Bronze dazukriegen. Weil das hat man ja dann sowieso geschafft. Also warte ich jetzt darauf, bis ich das kriege. Ich habe jetzt leider kein Video davon. Wie gesagt, ich habe mich gestern... Habe ich das gesagt? Mit einem Kumpel unterhalten, wie ich das gemacht habe. Ich kann ja mal nach dem Video nachliefern. Mal gucken. Schauen wir mal. Erstmal rennen, rennen euch das hier und dann sehen wir mal. Gut, das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal ein paar Kommentare da lassen. Außer schreibt mal... Außer gibt die Sprache oben im Videotitel an. Das werde ich machen. Und zwar auf die billigste Art und Weise in Klammern.de reinschreiben. Wer das da nicht checkt, das ist nicht mein Problem. Es steht ja drin. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.